Hier präsentieren wir die 5 beste Luftbefeuchter-Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Levoid Ultraschall Luftbefeuchter 6L Wenn Sie sich für den zeitgemäß hergestellten Levoid Ultraschallbefeuchter mit Touchscreen-Bildschirm entscheiden, können Sie sich nicht nur auf eine deutlich schlanke Bedienung verlassen, sondern profitieren auch von der praktischen Ultraschalltechnologie, die im Gegensatz zu leicht erhältlichen Gadgets aus dieser Artikelkategorie einige Vorteile bietet. Es stehen auch 3 verschiedene Nebelgrade zur Verfügung, um eine schnellere Luftbefeuchtung zu gewährleisten. Dies ist sehr wichtig, insbesondere im Gegensatz zu handelsüblichen Luftbefeuchtern. Interessant ist aber auch, dass der Hersteller eine Feuchtigkeitssensoreinheit aufbaut. Nummer 4. Tarotronics Ultraschall Luftbefeuchter Der Tarotronics Aroma Diffusor Befeuchter ist in 2 verschiedenen Farbvarianten erhältlich. Mit jeder dieser Diffusoren haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, aus 7 verschiedenen LED-Farbeinstellungen zu wählen und so das Gerät als Abendlicht zu nutzen. Die Kapazität des Wassertanks beträgt 300 ml. In der Praxis bedeutet dies, dass Sie den Luftbefeuchter jedes Mal ca. 8 Stunden lang ausführen können. Verwenden Sie einfach den Timer, um kontinuierliche Verfahren einzustellen oder um sich an den entsprechenden Setups zu erfreuen 1, 3 oder 6 Stunden. Auch die Dichte des Nebels kann unabhängig von fein nach stark auf Ihre Bedürfnisse und persönlichen Vorlieben angepasst werden. Das Gerät funktioniert ebenfalls sicher und auch geräuschlos. Sie können auch den Tarotronics Duft Diffusor Luftbefeuchter verwenden, während Sie schlafen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. LEVOLIT Ultraschall Luftbefeuchter Raumbefeuchter Wenn Sie einen gut gemachten Luftbefeuchter mit einer großen Kapazität suchen, werden Sie ihn im LEVOLIT ARAE entdecken. Dank dieser großen Menge ermöglicht das Modell mit einer Leistung von 4,5 L die Inbetriebnahme von ca. 40 Stunden Dauerbetrieb, was in der Praxis verschiedene Vorteile ermöglicht. Die Ultraschall Innovation, die diesen LEVOLIT Luftbefeuchter auszeichnet, sorgt auch für einen äußerst friedlichen Ablauf. Dies liegt daran, dass weniger als 40 dB während des gesamten Verfahrens erreicht werden. Das weiche Nachtlicht nutzt ebenfalls einen hervorragenden praktischen Vorteil, um sicherzustellen, dass es auch abends genutzt werden kann. Nr. 2. Taotronix Ultraschall Luftbefeuchter Mit seinem beachtlichen Leistungsstand von 3,5 Litern ist der Taotronix Ultraschall Luftbefeuchter zusätzlich für große Flächen geeignet. Zwei Auslassöffnungen, die um 360 Grad gedreht werden können, sorgen dafür, dass der feine Wasserdampf wie gewünscht im Raum verteilt wird. Der Luftbefeuchter bringt ein Optimum von 330 ml Wasser pro Stunde direkt in die Raumluft. Der Stromverbrauch beträgt 30 Watt. Das Gewicht des optisch ansprechenden Werkzeugs beträgt 1,13 kg. Die Abmessungen sind 22,2 x 20,4 x 31 cm. Das anfängliche Ausdehnung der Lieferung des Himmels und auch des weißen Luftbefeuchters besteht aus dem Werkzeugmodell TT A002 selbst zusammen mit dem Netzstecker und den leicht verständlichen Betriebsrichtlinien, die den hohen Kundenkomfort erhöhen. Und die Nummer 1 unserer Liste, TENZWAL Luftbefeuchter Ultraschall. Der 15 x 15 x 12 cm große Luftbefeuchter berücksichtigt 500 Gramm. Dieser Duftdiffusor arbeitet mit Ultraschallinnovationen zusammen. Sie können wichtige Öle hinzufügen. Die Luftfeuchtigkeit im jeweiligen Bereich wie Raum, Wohnzimmer, Jugendzimmer oder Arbeitsplatz wird erhöht und die Duftpartikel werden im Raum verteilt. Dies sollte ein angenehmes Umfeld garantieren. Selbstverständlich können Sie den TENZWAL Ultraschallbefeuchter mit oder ohne Licht nutzen. Das flüsterleise Verfahren ist für Sie genauso hilfreich. Egal, ob Sie Computersystemjob machen oder diesen Luftbefeuchter im Schlafzimmer nutzen möchten, jeder davon ist ohne Probleme möglich. Offensichtlich hat der Hersteller ebenfalls über eine automatisierte Abschaltfunktion nachgedacht. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal. Danke fürs Zuschauen.